Der frühere Stab-Hochspringer zum Lobinger ist tot. Der einstige Weltklasseathlet starb nach langer Krebserkrankung. Das bestätigte seine Familie. Lobinger litt an Leukämie. Er wurde nur 50 Jahre alt. Als erster deutscher Stab-Hochspringer überwand er bei einem Wettkampf im Freien die Höhe von 6 Metern. In der Halle wurde er Welt- und Europameister. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.